Die Behandlung von akuten Infekten. Gerade in der Herbstzeit sind diese Infekte wieder sehr gehäuft. Sie betreffen die Nase, die Nasennebenhöhlen und auch die Bronchien. Am Fuß finden wir die Nase, besonders an der Innenkante der Großzehe. Wenn wir dort tonisierend arbeiten, das heißt mit kleinen, schnellen Bewegungen, wird die Nasenschleimhaut über die Reflexzone besser durchblutet und ist dann gewappnet, gegen eindringende Keime sich zu wehren. Zwischen den Zehen haben wir die sogenannten Schwimmhäute und diese Schwimmhäute stehen stellvertretend für die Kopflümpfe. Wenn wir die mit einem Pinzettengriff, der es so aussieht, ausstreicht, regen wir die gesamte Kopflümpfe an, sodass auch hier gute Maßnahmen stattfinden, die einen Infekt verhindern oder bei Zeiten eindämmen können. Das ist die Ausstreichung, egal ob vom kleinen Zeh zum großen Zeh hin oder umgekehrt. Zwischen der Großzehe im Bereich des Vorfußes und dem Rest des Fußes haben wir die Bronchien. Auch hier können wir wieder kräftig hineinmassieren. Auch hier ist es egal, ob von unten nach oben oder von oben nach unten. Der Körper weiß, wie rum es funktioniert, dass man besser abhusten kann. Der Rest des Vorfußes hier ist die Lungenzone. Und auch hier empfiehlt sich ein gleichmäßiges Durcharbeiten, sodass die gesamte Lunge gut belüftet werden kann und keine Infekte sich festsetzen. Am Schluss ist ein Ausstreichen des Fußrückens sehr entspannend und sehr schön. Da haben wir auch noch Lungenzone und Brustzone. Und das hilft vor allen Dingen, wenn schon viel Husten war, Verspannungen zwischen den Rippen herauszunehmen.